Hallo zusammen, in der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch unsere neuen 7x7 Stinger Ricks vorstellen, sprich alle Ricks aus dieser Produktgruppe, die ich euch jetzt kurz vorstelle, sind an einem flexiblen und beschichteten 7x7 gebunden, was einfach super flexibel ist, stabil und alle verfügen über eine Tragkraft von 12 kg. Erhältlich sind sie in den Varianten als normalen Stinger mit Screw, sprich mit Spirale vorne dran, um im Köder zu fixieren, sowie ideal für die Ködergröße zwischen 13 cm und 20 cm, erhältlich in der Hakengröße 1 und 2, sowie das Stinger Requis Screw. Hier handelt es sich um ein vorfarbiges, bereits mit einem 40 cm langen 7x7 vorfach ausgestattet ist, wie ihr hier sehen könnt, auch erhältlich in den Hakengröße 1 und 2, wobei die Hakengröße 2 ideal ist für Gummifische zwischen 15 und 17 cm und die Hakengröße 1 für Gummifische zwischen 18 und 20 cm. Vorne die Hauptschirm befestigen und ready to fish, wenn ihr euren Köder montiert habt, wie ihr zu sehen, mit Perle, mit zwei Spikes, um im Köder zu fixieren, sowie am Ende mit dem Carbon-Trilling. Das gleiche noch für größere Gummifische als Double Hooks-Dinger, für Gummifische in der Hakengröße 2 zwischen 18 und 20 cm und in der Hakengröße 1 für Gummifische zwischen 20 und 23 cm, sprich für große Hechtköder. Auch hier wieder mit einem 40 cm langen Vorfach bereits ausgestattet, einfach die Hauptschmer vorne montieren, den Gummifisch montieren mit den zwei eingebauten Spikes und ready to fish jetzt zur Montage selbst, einfach den Gummifisch nehmen, mit der Spirale vorne einschrauben, zeige ich euch kurz, hier einschrauben für einen sicheren Halter, während des Drills, beziehungsweise während dem Werfen, hier wackelt nichts, dann nehmen wir den Spike, welcher verbaut ist, führt den hinten in den Gummifisch ein und fertig vorne einen Wirbel anfügen und die Hauptschmer und ready to fish, hier handelt sich jetzt um einen Gummifisch mit 15 cm und der Hakengröße 2, einfach super flexibel, kann gefischt werden mit dem Vorschaltgewicht oder mit dem Chaburaska, je nach Angelbedingungen oder Gewässer, wo ihr fischt. Ich hoffe, ich kann euch unsere neue Vorfährer, beziehungsweise Stingerix für das Raubfischangeln super vorstellen, erhältlich demnächst bei einem Tackle-Dealer. Alle Vorfährer sind auf so einem EVA-Schaum montiert, wie ihr hier sehen könnt, auch super, wenn man es nach dem Angeln in den Gummifisch wechseln will oder wenn ihr den Tackle-Box packt, einfach wieder hier auf Schaumstoff drauf und in die Box rein, super Gimmick. In diesem Sinne erhältlich bei einem Tackle-Dealer, viel Spaß beim Testen, bis real.